Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute schon der 23. Aber gestern ging es mir nicht so gut, also haben wir das nicht aufgemacht, das 22. Ne, ist bestimmt einigen aufgefallen, dass das Video von gestern Abend fehlt. Aber Hannah ging es tatsächlich nicht gut und deswegen hängen beide Geschenke da. Also das von gestern und das von heute. Und deswegen darf sie jetzt zwei Geschenke aufmachen. Willst du die Schere haben? Willst du das von gestern zuerst aufmachen? Ja, erst mal 22. Okay. Na, der Turm ist übrigens weg, habt ihr gesehen? Hannah hat Legos aufgeräumt. Ja. Was denkst du, ist da drin? Müll für dich. Was denkst du, ist da drin? Ich glaube, man sieht es schon, ne? Wisst ihr nur, dass es natürlich ist, ne? Ich weiß nicht, ob ich das habe. Ich gehe mal gucken. Nein, hast du noch nicht. Hast du noch nicht. Wir gehen mitgucken. Oh, da muss ich die Lampe mal eben mitnehmen, weil es ist sehr dunkel hier sonst in der Ecke. So. Okay. Das ist nämlich Rider in Not. Ich muss mal gucken, wo er so neu ist. Hier hast du noch nicht, hier hast du noch nicht. Nein, 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 nein. Das ist sie nicht. Ich gehe trotzdem nicht. Ne, das ist sie. Das siehst du von vorne, vom Bild schon. Stimmt. Mhm. Ja, ich habe sie noch nicht. Nein, siehst du? Ja, cool. Soll ich mal gucken, welche Folgen da drauf sind? Ach, steht da gar nicht. Doch. Die Riesenbohnenranke. Die kenne ich. Cousin François. Ja, kenne ich auch. Der Leuchtturm-Boogie. Hm? Der Leuchtturm-Boogie. Und Rider in Not. Ja. Also du kennst das als Film, aber noch nicht als Hörspiel. Ja. Okay. Dann warte. Sortierst du es jetzt erstmal ein, ne? Ja. So rum. Hm. Habt ihr auch so viele CDs? Hm. Hm. Jetzt mach dich das 23V. Ja. Ist das auch ne, Citi? Ja. Nicht dein Ernst. Oh, häng ihn mal ein bisschen gerader wieder hin, Hanna. Nee, das bringt nichts. Du musst von oben. Ja. Jetzt ist der Tücklauf. Ist ein Klauch. Weg da. Weil aus Winnie-Pooh ist ein Klauch. Ja. Äh. Nee, genau. Nee, genau. Nee, genau. Nee, genau. Nee, genau. Nee, genau. Ja. Ja. Tief ist modern, ne? Es geht nur noch das 24. Und dann sind wir fertig. Ja, weil morgen Heiligabend ist. Ja. Und dann war es das wieder für ein Jahr. Ja. Hier ist die Schere sonst. Soll ich immer... Nee. Ich brauch die Schere nicht. Ja, das ist eine CD. Eine CD. Jetzt hast du aber was zu hören. Ja. Eine neue. Und Luftballons. Einfach Luftballons, weil du gerne Luftballons aufpustest. Ja. Und die eigentlich ganz hübsch waren. Ich liebe Luftballons. Ich puste gleich mal welche auf. Okay, das heißt, während Hannah hier jetzt die Luftballons aufpusten will, stelle ich euch schon mal die obligatorische Frage, was ihr heute in eurem Adventskalender hattet und gestern noch gleich mit dazu. Und die Luftballons landen erstmal wieder alle auf dem Boden. Flummi geht schon mal stiften hinter mir. Ich habe auch Angst, Hannah. Ich habe Angst. Das war unfair. Was ist euer größter Weihnachtswunsch? Dass nicht mehr alles auf dem Boden fällt vielleicht. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. So, jetzt kannst du aufpusten nochmal. Und morgen ist Heiligabend. Yeah. Yeah. Tschakka. Achso, und die Kabel, die hier runterhängen, die gehören übrigens zu so einem komischen Spiel. Hat da auch jemand gefragt. Das habe ich bei Lidl gekauft. Könnt ihr das überhaupt erkennen? Das ist wie so ein altes, so eine alte Spielekonsole. So laut und so schlechte Bildqualität. Aber sie stopft mir gerade den Loverlong hinten und am Rücken. Geht's denn? Geht's denn? Ich weiß das nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen. Bis zum nächsten Mal.